das ist jetzt einfach dein namen mal durch irgendwann durch so ein piep schon weißt du ich fühl mich jetzt echt wie Batman ah genau durch die ganzen hochfrequent piepsenden voll männlichen Fledermüll boah ich muss sie essen los wer der Mäuse hat auf die Kuh gottverdammt der Hacke ich scheiß Sprung ich schlag dich jetzt mit dem Steak hey hey gibt's noch mehr Steak, mehr Pferdefleisch hey oh gott oh mein gott nein ach ja alter na damit hast du spaß oh gott die Kühe mit Flügeln das sind Pilzkühe hast du eigentlich ein Checkcherpack drauf äh nein Buhnkuh oh gott geh weg nein wieso leckt das so weil hier überall Kühe oh gott ich mach jetzt die Kühe weg scheiß Kühe mach die Kühe weg ja ich mach sie weg heiß Fledermüllse verpisst euch was ist denn Jonas ja stimmt wieso sind hier so viele Kühe weil der Jonas die hat spawnen lassen boah die Kühe können fliegen ey ich hab dir ein bisschen Red Bull gegeben das gewinnt man aus Fledermäusen ja auch unbedingt und jetzt fällt mal dieser scheiß Wolf her von mir kann er nicht gekommen sein das macht der Jonas immer ja ich bin ganz nett und freundlich und mach gar nix bei Jonas mit direkt so nein du das nicht ich lass doch nur Tiere spawnen die sollen die doch nur bisschen Motivation geben ich treff die Fledermäuse mit den Schadenstränken nicht oh ja warte ich kann die Tühe auch die Tühe voll in den Kühe auch grad töten die Kühe hab ich jetzt alle getötet ja hast du nicht hier sind nämlich überall noch welche ja genau überall noch welche zwei Kühe ich brauch ne Craftingbox warum weil ich mir Kleidung bauen will Kleidung Le da müssen wir ja ich muss nicht Platzhosen haben Junge ja natürlich Platzhosen so das ist einfach episch ja natürlich wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon diese eine Adventure Map auf ich hab keine Ahnung ich frag mich eher wie lange wir jetzt schon in diesem einen Raum sind ja ja ich hab jetzt leider keine worum geht es eigentlich in der Story jetzt erklärt mach äh ja also wir sind alle drei ein Junge namens Germany aha ok ok und ja wir wollen irgendwie dafür sorgen dass ok wir wollen in der Welt wieder Ordnung schaffen erzähl mehr erzähl mehr ich hab irgendwie das Gefühl du hörst mir nicht zu natürlich hören wir hören wir hören die jetzt mal wir hören die immer zu blüht ihr mich an soll ich dir jetzt die Wahrheit sagen ja nein oh ok dann ist ja gut na Gott mein Bein tut weh warum keine Ahnung bist du zu oft runter gefallen ich mein man bricht sich ja immer nach dem Geräusch zu urteilen die Beine wenn man in Minecraft fällt ja das ist auch sehr realistisch ich mache auch ständig und kann dann einfach weiterjumpen natürlich jetzt spring doch mal spring du doch spring du doch hey ich will aber nicht ich hab Angst ich spring ich krieg jetzt einfach nicht auf die Reihe ne hast du ja jetzt da nen Checkpoint gemacht? nein hier war schon ah ich dachte jetzt gerade ok jetzt hab ich nen Checkpoint gemacht ist der Checkpoint? ich hab hier nen Checkpoint gemacht da hinten so mit Sand hast du gecheatet? nein du scheiße ja nicht mal du blöder Cheater ALTER wie ich die god sogar mit Cheats ist der zu nubig dann Bob uuuh nein was ist das? ey scheiß Flee der Maus du deprimierst mich ja bist halt einfach schlecht weißt du ey wo ist der Sandblock hin? den hab ich weg gemacht ich soll ja nicht cheaten ich will aber cheaten ja cheaten ist keine Lösung man muss es auch so können sag David natürlich David ey mit den Glöten cheaten boah komm ich mach wieder nen Checkpoint hin so ja mach wieder Checkpoint ja jetzt hat der Jonas den weg gemacht gott war ich nicht ne hat man auch gar nicht gesehen hat er den auch nicht ne boop ja 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 nein mein gott uuh da ist Sand ja der ist da zufällig gespawnt weißt du ja das ist immer so in Minecraft da spawnen aber Blöcke ja natürlich sprung der sprung von da bis dahin ist voll übel oh mein gott ey wenn ich das jetzt nicht schaffe wirklich der sprung ist richtig oh gott dankeschön endlich Checkpoint aha jetzt müssen wir nur auf den Mango warten aha voll freundlich freundlich nein und liebenswürdig ich bin wirftig mit Fleisch ey das ist bestimmt nicht Kalorienarm ich bin fett genug aha nein ich bin nicht fett nein ich bin nicht fett bleib realistisch Du kennst mich doch, du hast mich doch nie gesehen. Willst du das wissen? Ja, genau. Ja, natürlich. Stalker-Batman. Fährst in deinem Batmobil immer hinterher, weißt du? Ja. Da hat er das geschafft, ich fass es nicht. Na, ich hab natürlich an dich geglaubt, weißt du. Sollte er es nicht schaffen, sagen wir mal so. Keine Ahnung. Ich hab jetzt den Checkpoint aufgemacht. Das wär jetzt witzig, hätte Jonas das jetzt vergessen. Da ist Jonas, da ist Jonas. Ich muss noch aus dem Gay-Mode gehen. Du bist doch immer im Gay-Mode. Ja, auch in real life. Real love. Nein. Jetzt kommt alles über Jonas raus. Natürlich. Jonas Geheimnisse. Jonas Ängste. Was soll das? Fuck. Nein. Scheiße. Oh Gott, ich komm die dumme Leiter hier nicht hoch. Scheiße, Jonas hat es doch geschafft. Nein. Was? Ich wollte es nicht befordern, um zu machen. Das ist aber voll unhöflich. Oh. Scheiß Fleerbäuser, pisst euch. Nein. Ihr lenkt mich ab. David, du wolltest mich schlagen. Was? Nein, das kannst du nicht beweisen. Du bist da hingelaufen. Mein Gott, wieso leckt er es aber so? Mach die Tür auf. Wieso leckt er es aber so? Ich schlag dich mit Steak. Mach die Tür auf. Nein. Nein. Ich werde mit Fleisch geschlagen. Mit rohem Fleisch. Das ist bestimmt Pferdefleisch. Nein. Pferdefleisch ist gesund. Das war einfach. Das war eigentlich nicht so gesund. Oh nein. Ich schaffe nicht mal den ersten Sprung. Was habe ich denn jetzt gemacht? Alle auf den da mit drauf. Hey. Alle da mit Mom. Wo bin ich eigentlich? Oh Gott. Alter. Nein. Nein. Alter. Du hast noch ein Diamantschwert gehabt. Nee, ich habe nicht damit geschlagen. Ich habe eins gehabt. Oh. Deswegen habe ich auch so schnell die Erzten verloren. Ich habe wirklich nicht damit geschlagen. Oh. Das ist ja ohne Scheiß. Die ganzen Fledermäuse machen deinen voll nervös. Du wurdest ja von zwei Seiten geschlagen. Alter, wieso sind denn hier so viele Bücher? Ja, das ist mein Zeug. Das ist halt, weißt du. Ja. Ich mach mal den Checkpoint zu. Aua. Nee, Jonas, musst du ja reinstellen. Jonas, lauf! Ah. Nein! Was? Also jetzt kommt. Ich habe euch auch reingelassen. Lass die Tür zu. Okay, du musst aber deine Pferdefleisch... Ah, scheiße. Du musst hier dein Pferdefleisch essen, okay? Ja, mach ich mal. Alter. Loll. Jetzt ist der Checkpoint zu. Loll. Du willst mir jetzt ja ernsthaft sagen. Das war ich wirklich nicht. Alter. Alter. Ich habe es ins Ziel geschafft. Woo! Ey, du warst gecheatet hier. Ey, ich habe es auch geschafft. Ich bin voll der Pferde. Natürlich. Der Jonas, der schummelt natürlich. Ja, ich mach nicht die Tür rein hier. Was? Alter, du hast immer noch nicht hingekriegt. Das ist so schlecht. Ich habe das noch nicht hinbekommen, weil ich dauernd hier runtergeschlagen werde. Ähm, entschuldige. Ich müsste jetzt mal hier einfach mal... Das ist hier eine Unterstellung vom Jonas. Ich würde auch niemals dem Jonas wehtun. Ja, du schon, aber... Ja, gewalttätig. Alles gewalttätig. Ey, Tür. Ich habe eine Redstone-Torch. Wo geht es denn hier lang? Yay, du hast eine Redstone-Torch! Redstone-Torch! Yay! Ey! Alter, eiser, ey! Jetzt sind wir ja schon wieder hier. WTF? Das war dein Notausgang. WTF? Naja, egal. Wir haben es ja geschafft, ne? Ne, warten könnt ihr ja nicht. Ne! Ich habe die Leiter bekommen. Scheiße! Ich glaube, das liegt an dem Pferdefleisch. Äh, wir müssen da lang. Ja. Oder? Alter! Wurde sind wir von da gekommen? Ne. Ihr einfach nicht wartet? Ey, ey. Das ist wunderschön. Langsam. Tut mir leid. Ja, ich wollte... Genau! Ich hatte nicht so viel Zeit. Ach, ne. Die Leiter ist wieder runtergefallen. Scheiße. Und auf den... Dingern. Ah, ne. So. Ja, ist kein Problem. Ah, Mann. Ich habe ja Zeit, ne? Ey! Du wolltest mich da. Ich wollte es nur schlagen. Schnapp's hier, schnapp's hier, schnapp's hier. Ach, scheiße. Warte. Warte mal. Ah, ich weiß. Warte. Ich habe Glas noch dabei. Ach, ich bin vollidiot. Ja, das wusste er schon. Das ist uns schon bewusst. Ah, genau. So. Hat jetzt sehr wehgetan. Wunderschön. Wunderschön. So. Äh. Das schafft er die ganze Zeit nicht. Folge mir mal. Ja, okay. Seid ihr die Leiter runter? Welche Leiter seid ihr runter? Ja. Du packst das schon. Du packst das schon. Ja. Das ist schon. Ne. Aber müssen wir hier politisch korrekt machen, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Jetzt werde ich bei Skype angeschrieben. Natürlich. Ah. Chat ruhig. Ja. Wir schaffen das auch. Alleine. So. Jetzt müssen wir noch die letzte Red Sound Torch finden. Ey, Jonas. Wie geht's eigentlich dir so? Ich bin... Lol. Sorry. Haha. Jetzt willst du mich doch verarschen. Das war der Mango. Das war der Mango. Alter, was machst du da? Du hättest doch... Du hättest die Leiter... Da lagen doch die Leitern auf dem Boden. Du hättest doch da trotzdem hochgekotzt. Hier ist zugebaut. Ja, und das ist Sand. Ja, ernsthaft. Und Holz. Sand und Glas. Du bist so ein Affe, ey. Also nicht du, sondern der Jonas. Ist auch ein Affe. Ist das hier eigentlich so ein Bild? Ja, ein schönes Bild. Ja. Äh. Ich glaub, da war ich mich noch nicht drin. So. Haus von Gertrude. Hm, hier geht's nicht rein. Hallo, Jonas. Ach so, da sind wir oben drauf geschoben. Hallo. Hallo. Jonas, pack das... Was ist denn da? Oder ist Holz? Geh weg, das ist mein Holz. Na ja. Fallen. Pah. Boom. Ich zweifle gerade auf die Frenze. Wo müssen wir hin? Ich glaub, bei irgendeinem von euch wurde Karl an die Tür geklopft. Ne, nein. Nein. Hä? Weiß auch nicht. Also... Ja, also ich hab's geschafft, jetzt weiterzukommen. Ja, also... Ja, durchs Dach, ne? Du hast mich gefunden. Ich weiß, du... Ich weiß, was du von mir willst. Den Schlüssel. Ich würde ihn dir gerne geben. Aber ich hab ihn nicht. Ich weiß lediglich, wo er ist. Er ist in meinem Haus. Ja, ich wohne zwar im Wachtturm, doch das Haus gehört seit Ewigkeiten meiner Familie. Es ist seit Ewigkeiten verschlossen. Dieser Hebel hier öffnet das Haus. Viel Glück. Quest edit. Finishlist Nummer 3 in Günthers Haus. Der Günther... So, ich bin jetzt in Günthers... So, das war das. Ich bin jetzt solche... Soll ich euch reinlassen in Günthers Haus? Ja, komm ich. Ich mach mal die Türen auf. Bin ich hier eigentlich? Ich fühl mich... Haus von Gertrude. Da hat sich ja der Jonas durchgegraben, ne? Ja. Hier, Haus von Gertrude. Kommt bei. Äh... Hey! Wer sind Sie? Was machen Sie bei mir aus? Antwort. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln. Antwort. Ich bin ein Freund von Günther. Ey, nein! Oh! Ah, ich hab's doch eigentlich. Ich kenn alle Freunde von Günther. Wer seid ihr eigentlich? Nee, hier. Ihr seid ja immer irgendwo, wo ich nicht bin. Hallo. Ja, wir einfach Profis sind, weißt du. Oh, da geht's runter! What the fuck? Ja, da war ich schon. Da kommt man ins... So kam man ins Haus rein. So, ähm... Also, ich lese jetzt das Buch vor. Schlüsel. Mit einem S. Acht Jahre. Günther beherbergt seit Jahren das Geheimnis anschlüsselt. Dann ist es okay. Sehen Sie sich ruhig um. Ja. Hm. Was bewegt dieser Pisten? Da oben drüber, der. Ja. Was macht der da oben? So ein Erdblock. Ich wette, da ist ein Schalter drin. Ja, warte mal. Leg den nochmal um. Einer von euch... Ach, scheiße. Ja, okay. Ich leg den um, ja. Also, ich... Nein, was sind wir für Mongos? Leg ihn um. Leg ihn um. Leg ihn um. Hier. Ach, Jonas, leg nochmal um jetzt. Ne, jetzt muss Mongo umgehen. Ja, genau. Pfff. Äh, das hat überhaupt keinen Sinn. Guck mal, das ist ein normaler Pisten. Ja und? Der hat... So. So. Hier ist Wasser und darunter ist Lava. Ja, ich weiß. So kann man in das Haus rein. Was? So kann man in das Haus rein. Hallo, hier. Gott. Über der Lava ist ein Glasblock, Jonas. Oh, cool. Hallo. Hallo. Ach so. Nein, scheiße. Falsche platzieren. Hahaha. Ui. Ah. Antwortfreund. Ja, und wie bin ich grad ein bisschen verwirrt. Wo soll denn jetzt hier noch was sein? Hier, bei dem Sand. Ja, der Sand, stimmt. Wo ist denn hier Sand? Sandmine Dig Down. Da sind wir doch einmal raus... Ne, sind wir doch hier. Ja, da sind wir einmal rausgekommen aus der ersten Challenge quasi. Stimmt. Vielleicht ist es ja wohl ganz weit aus. Aber in Günders Haus muss der Schlüssel sein. Das stand da ja auch... Das stand in meiner Quest drin. Haben wir den vielleicht schon? Ich kann ja einfach hier eine Redstone Fackel ausnehmen. Ne, ne, ne. Hat einer von euch noch... Hat einer von euch vielleicht eine Redstone Torch? Nein, ich hab keine Redstone Torch. Was spielt denn hier Musik? Wie? Ich? Hä? Ein Notenblock. Kommt das hier her? Ein Notenblock und ich hab ihn betätigt. Das war mir auch klar. Ja, ähm... Ich find jetzt grad irgendwie die Redstone Torch nicht. Die muss aber in... Ach ne! Oh Gott, ich bin so ein Affe! Oh Gott! Was denn? Hier! Meine Güte! Ich hab... Wo? Wo bist du eigentlich? Hier! Hier hinten beim Anfang. Hier, Günders Haus. Ja, da stand auch. Wir müssen in Günders Haus. Du willst den Schlüssel? Ja, aber bist du dazu auch klug genug? Ja, Jonas, sag doch mal. Lassen wir Erde drin. Wir werden es sehen. Hast du alle Fragen richtig? Äh... Öffnet sich auf dem Dachboden die Tür. So. Okay. Was war ursprünglich statt Redstone geplant? Das war nie was anderes geplant. Elektrische. Hier machen wir das... Jonas! Hä? Jonas, wo bist du? Ich bin in einer Etage höher. Achso, hier sind mehrere... Oh Gott. Äh, da ist wahrscheinlich... Ähm... Was gab es mit... Obsidian Stufe? Ja, ich spiele schon... Was gab es mit Minecraft, Jonas? Obsidian Stufe, Netherrack Stufe, Erdstufe oder Glasstufe? Wie? Nochmal. Obsidian Stufe, Netherrack Stufe, Erdstufe oder Glasstufe? Erdstufe. Ja, Erdstufe. Woher weißt du das? Ja, Erdstufe. Woher weißt du das? View-Off wurde bei Keys die Textur geändert. Ich glaub zweimal, oder? Ja, zweimal. Was kann gedroppt werden? Verzauberter Eisenwein von Zombie, verzauberter Bogen von Zikuletten, fermentiertes Spinderaugen von Zikuletten, Lohnstaub von Lohn. Ja, Bogen. Wie kraftet man Stolperdraht? Pfff. Wie ging denn das? Mit ganz viel Blut. Äh... Also gar nicht, stimmt nicht. Ich würd' ich ja. Man kann Stolperdraht nicht craften. Natürlich kann man nicht craften. Nein, das ist einfach nur normale Spinnfäden und die platziert man auf dem Boden. Ne, Stolperdrähte. Nein, Stolperdrähte. Ja. Ich mein, der meint damit das halt an der Wand. Naja, wohl, nee. Stolperdraht glaube ich nicht. Der meint damit den Draht auf dem Boden, wo man drüber laufen kann und dann entsteht ein Redstone-Signal. Ja, Stolperdraht glaube ich eher nicht, nee. Ja. Natürlich kann man das craften. Nein. Stolperdraht nicht, nein. Der meint nicht diese kleine Box, die da an der Wand hängt. Der meint den Stolperdraht an sich. Und den kann man nicht craften. Ach so, ja. Ja, Gott, beweis es mir doch, Jonas. Gott. Ich dachte, der meint. Nein. Weißt es schon. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Was kommt nicht natürlich vor? Klebriger Kolben, Redstone- Äh, was? Was kommt nicht natürlich vor? Hä? Ähm. Versteh ich nicht. Kürbislaterne. Wieso? Klebriger Kolben findest du auch nicht in der Natur. Doch. Was? Mal was von Dschungeltempel gehört? Ach so. Glasscheibe. Wie teuer war der teuerste? War das teuerste im Minecraft-Shop? Hä? Äh. Okay. Warte, haben wir die Frage, wo du schon mal antwortet? Nein. Was kann nicht in der Bonus-Truhe sein? Antwertholz spielt... Okay, hier oben drüber ist dann die Tür, die jetzt nicht auf ist. Ich kontrollier mal, ob die auf ist. Ja, genau. Ich... Ich würde sagen, wir überzeugen die Tür einfach, dass sie sich öffnet. Hey Tür, geh du auf. Ich würde jetzt einfach mit Erde wegkloppen. Aber das ist aber voll Cheating. Ja. Da war jetzt die Redstone-Torch drin, aber... Ja. So. Jetzt müssen wir die platzieren, dann haben wir schon gewonnen. Oh, es wird Nacht. Jonas. Nein. Das ist meine Bestimmung. Das ist meine Bestimmung. Nein. Wo ist die? Nein. Das ist nicht legitim. Nein. Ich hab die. Du darfst die. Nein. Nein, was hab ich getan? Nein. Ach ja. Schon schön. Ich hab die WP-Tab gebaut. Schon. Schon schön. Also ich hab da noch... Ne, ich hab gar keine Spielsage mehr. Profis. Yeah. Profis am Werk. Äh. Ich würde sagen, einfach hier ne Torch dran. Ne, das geht nicht. Oh Gott. Oh. Oh. Ich mach das jetzt einfach auf. Ey, wir spielen das Spiel so... Seriös. Ich hab noch die Fackel, ne? Boah. Einfach den Repeater hin. Wir sind eben drunter. Nicht zu reiten. Nein, doch nicht da hin, du vollidioten Etage drunter. Was macht ich denn? Jetzt kommt. Nein, wir müssen arbeiten. Jetzt geht er... Ach, das ist schon auf. Das ist doch schon auf. Das ist doch überhaupt nix, ey. Warum ist das schon offen? Oh, weil ich's aufgemacht hab. Was? Neu. Puh. 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 Das sah jetzt cool aus, wie du den Thron runtergefallen bist. Jo. Ich wollt grad sagen, ja. Ganz viele Informationen. Äh, Jonas, lies mal was auf dem Schild steht. Da stehen irgendwelche... Irgendwas von männlichem Geschlechtsauberat. Hier steht auf einem Schild... Penis. Ja. Die Syroglyphen erzählen die Geschichte der Dixon. Ja, das ist schön mächtiger Herrscher. Ich bin frei. Ui. 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 Dings. Alter, irgendwie erscheint mir dieser Thron... Dieser Thron erscheint mir irgendwie wie eine Toilette. Das ist auch ein Toilette. So sieht dein Gaming-Stuhl aus, ne? Natürlich. Auch aus weißer Wolle, ne? Nein! Nein! Geh weg! Wartet auf mich! Jonas, geh weg! Ich will mich... Du hast mich nach oben geschlagen. Nein! 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 Ja! Du hast mich auch nach oben geschlagen! Nein! Ihr seid scheiße! Mann ey! Ich geh jetzt schwimmen! Was schlägt du eigentlich noch? Ich bin schon an oben, ne Bob! Geht ihr mit mir schwimmen? Yay! Yay! Nachtbasen! Komm, ich geh mit David schwimmen! Okay! Oh, da ist ne Rose! Komm, wir gehen mit David ertrinken! Ich hab die Rose! Yay! Das darf ich jetzt anmachen. Ich geh jetzt mit David ertrinken, so. Ich mach ihn an! Ah! Ah! Ein mit euch! Ein? Was? Was wird er jetzt da draufschreiben? Ey! Das ist Erdklumpen! Achter! Ey! Ich will auch! Das ist Blume! Ey! David ertrinken! Ey! Jonas, was macht die? Jonas da! Wie? Jonas! Der würde doch nie was tun! Das ist ja verwerflich! Das geht gar nicht, ey! Ja! Ja! Das, äh... Die waren jetzt aber länger als... Ich habe doch schon wieder irgendwelche Männchen-Geschlechtsorgane! Nein! Nein! Ertrinke! Nein! Nein! Geh weg! Ich bin Batman! Ja und? Natürlich kann Batman ertrinken! Der hat keine Kiemen! Nein! Ich will wieder in das Loch zurück! Ja, verkriech ich in dein Loch! Wo der herkommt! Hier fühle ich mich sicherer! Nein! 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 Du darfst das nicht machen! Los Jonas! Du musst raus! Nein! Du darfst das nicht tun! Nein! David! Geh weg! Nein! Nein! Ja! Ich bin rausgefallen! Mein Gott! Wie wunderbar! Wie der... Alter Jonas! Nicht mit dem Diamant werden! Das ist unfair! Ja! Ihr seid alle Cheater! Cheater! Ich würde euch jetzt... Ich glaube das war er dann auch schon mit der Männchen! Ja! War er schnell! Ja! Nächsten Teil würde ich sagen, das Spiel war jetzt nicht mehr! Können ja irgendwann nochmal in ferner Zukunft aufnehmen! Ja! Spannend waren die jetzt eigentlich auch nicht unbedingt! Ja! Mööö! Fand ich jetzt auch nicht so! Die Map jetzt! Alter! Ich meine, du bist voll der... Scheiße! Also ich fand sogar die erste besser als die zweite jetzt! Ja! Weil das war jetzt halt quasi nur Rätsel-Map! Das war lame! Ja! Aber das ist doch alles... Tja! So ist das Leben! Ja! So ist das Leben, ne! So ist das Leben, ne! So ist das Leben, ne! Mein Gott Jonas! Du kannst das echt nicht, ey! Ich kann das nicht, ey! Ich kann das nicht so schnell! Ein Ball rollt um die Ecke, fällt um! Steht auf, rollt weiter! Ja! Das ist witzig! So! Ähm! Ja! Ich würd sagen, dann war's das jetzt mal mit dieser Aufnahme, es ist jetzt ein Gedöns da! Und, ähm! Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Minecraft Adventure Map! Sag Tschüss! Hey! Auf Wiedersehen! Tschüss! 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 Vielen Dank.